Herrlich! Bist du Bock? Ja! So, Helm auf und gut ist, dann geht's los, Leute! Crazy! Ja, da hängt der Müssi! Wow, guck dir das mal an, meine Freunde! Grüße! Grüßt euch! Moin Survival-Freunde! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Survival Micha! Heute sind wir hier im wunderschönen Norditalien und es geht hoch auf den Klettersteig an einem wunderschönen Wasserfall. Ich habe richtig Bock! Das ist ein C-Steig, also ein bisschen anspruchsvoll, mit wunderschöner Landschaft. Und dann würde ich mal sagen, geht's los, ne? Ja! Hm, Lilien! Gute Duften! Hm, das Dice dieser Jahreszeit aber auch schon wachsen! Als Lilienliebhaber ist mir natürlich sehr dazu verleitet, sich da reinzulegen einfach, aber... Hm, Lilien! Und? Wie schmeckt's? Schkiefer! 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 Ist gut? Ich liebe Kiefer! Ja... Ja, willst du dann auch wen grüßen eigentlich? Ja... Wen denn? Ähm... Ich grüße meine Brüder... Ich grüße meine Brüder... Ich gehe raus... Dauer nicht... Er weiß nicht... Hast du mich dachte? Den Nils Kiefer! Achso, äh... Ja klar! Ich war gerade bei Kiefer, wenn ich würde gerne den Nils grüßen an dieser Stelle... Nils Kiefer! Kiefer! Wow, Hammer! Jetzt geht's hier hoch! Da hab ich richtig Bock, ne? Der Michi auch! Hast du Bock? Ja! 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 Wie du? Auch! Schön! So Leute, ab geht's hier in den Klettergurt rein! So Freunde, dann ab das Klettersteckset noch rein! Ab geht die Post! Zack! So, Helm auf und gut ist, dann geht's los, Leute! Kuckuck! Im langen Kuckuck, metres hungry Happy sog! crazy yo leute mitten hier an der wand wunderschön hammer geile aussicht weiter geht's so so Uuuuuh, Loria, was Kiraap! Das ist ein Schaum. innen drauf Och der Ludo Meine Güte geht das ab Jetzt kann die Ludo drauf Herrlich Die Ludo Yo Leute, let's get up Ja Schon richtig nice hier, richtig hoch Guckt mal hier runter Yo, da hängt der Missy Ey, sieht zu geil aus Ja So Freunde, weiter geht's hier Wunderschön Ein bisschen höhenartig Hammer Einfach Wuhu Ich will den Siegertraub wieder reinhängen gleich Hier Hier oben Rück Schön Das ist doch jetzt mal Action meine Freunde Hier Hammer Wow, guckt euch das mal an meine Freunde Und da baumelt der Missy Michy Prüße Michy Michy Ja Hahaha 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 Ich will den Sieg Ich will den Siegstour Haha Ja Ah 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 Wuh Wow Wow Ich will den Siegstour Ich will den Siegstour Ich will den Siegstour So meine Freunde, da hinten sieht man den Gardasee Da drunter ist der Lago Tenno nochmal Lago di Tenno Lago di Tenno Wunderbar Schön Und wie hat Ihnen die Tour bisher gefallen Michy Ja, war schön Ja Mir auch Schön hier runter zu suchen Jo Leute Was eine schöne Tour Es war echt der Hammer mit dem Wasserfall Mir hat es sehr gemundet Mir hat es einfach richtig Spaß gemacht War jetzt nicht zu lang Echt entspannt Auch nur eine halbe Stunde Zustieg Und jetzt geht es nochmal einen Abstieg Eine Stunde Hier auf dem Forstweg Genau Das war die Tour Wenn es euch gefallen hat Dann lasst gerne einen Like da Und einen Kommentar Würde ich mich natürlich auch super freuen Und bis zum nächsten Mal Ciao